Man sieht ihn kaum, man spürt ihn doch. Das ist der Sprühregen aus dem Nebel. Irgendwie unangenehm in dieser Jahreszeit, aber es gibt ihn doch. Und dann auch am Mittwoch wieder und immer wieder wird es feucht sein, genauso wie in Heidelberg. Man sieht diese Hochnebeldecke, die liegt fast ganz unten auf. Und dementsprechend ist der Gesamteindruck alles andere als freundlich in den Nebelzonen, obwohl oder gerade, weil jetzt Hochdruckeinfluss wetterbestimmend ist. Das Hoch befindet sich mit seinem Zentrum westlich von uns. Die Luft muss im Uhrzeigersinn rund um das Hoch herum aufgrund der Coriolisableckung. Und was entscheidend ist, ist, dass die Luft jetzt hier über die Nordsee muss und nimmt dort Feuchtigkeit auf. Und diese Feuchtigkeit wird jetzt nun an die deutschen Mittelgebirge gestaut. Und dabei, wenn die übers Mittelgebirge drüber muss, die Feuchtigkeit so ein bisschen gehoben. Und dieses bisschen Hebungskühlung reicht eben gerade aus, um den Sprühregen auszulösen. Und den gibt es dann vor allem am Mittwochvormittag rund um Nordrhein-Westfalen. Teilweise so ein bisschen Getröpfel eben aus dem Hochnebel. Im Süden dichter Nebel, der herumliegt. Die Berge ragen raus aus dem Nebel. Und im Osten wird es im Laufe des Tages dann so ein bisschen Sprühregen geben können. Aber das werden keine großen Mengen sein. Aber es reicht, um unangenehm zu sein. Gefühl zumindest. An der Nordsee mit Glücken, ein paar Wolken, Glücken. Genauso wie in Sachsen. Und die Berge, die stehen eben im Sonnenschein bei Temperaturen. Im Süden von vier bis sechs Grad. Dort ist es ein bisschen kühler als im Norden. Werte von acht bis elf Grad werden dort gemessen am Nachmittag. In Sachen Sonnenschein geht im Flachland wenig bis gar nichts. Auf den Bergen hingegen viel mehr. Die Alpen, die stehen im Sonnenschein. Über sechs Sonnenstunden sind da durchaus möglich. Auch im Hochschwarzwald. Genauso wie im Bayerischen Wald. Und einige Mittelgebirge können durchaus auch davon profitieren, dass die Wolkendecke wirklich eine relativ niedrige Obergrenze dort hat. An den Folgetagen jetzt weiterhin das Nebel-Hochnebel-Problem. Mit teilweise Sprühregen schwerpunktmäßig dann im Osten Deutschlands. Also die Nordseefeuchte ist weiterhin vorhanden. Im Süden Absatz des Nebels, beziehungsweise darüber ist es weiterhin sonnig. Und vom Temperaturniveau relativ mild für die Jahreszeit im Norden. Mit etwas Sonne bis zu zehn Grad Höchsttemperatur.